denn ich bin jetzt wie gesagt random gespawnt wenn du nach oben guckst man welchen also wenn du versuchst an der hand dieses sternbildes zu beschreiben wo du bist ich sehe nur ein stern im bild ja genau bist du an dem einzelnen punkt der so weit abgeschlagen ist ich habe viele bäume über mir und es legt wie gesagt ok wir sind bei dem feuer und schon jetzt vorbei wieder fluss hier weiß nicht wohin denkst du bei dem passiert noch was spannendes ich weiß nicht ob er weiß wo er hin wird aber so ist das schon sehr mühsam es ist ein stern ist weiter entfernt ja also ein stern ja genau ja bei dieser richtung ach hier kommt noch ein typ jetzt ok ok hier sind zwei einer übernommen hier liegt eine fackel rum ok der andere hat die schnauze voll und er hat jetzt übernommen oder was und einer zieht mich weiter jetzt ok hier sehe ich noch insgesamt vier spieler echt das ist das das ist das lager also einer zieht mich und drei warte drei sehe ich so herumlaufen eins zwei bei dem lex ich sehe ganz viele fackeln ist bei dir auch relativ hell aber das wird jetzt langsam ich sehe haben die alle fackeln oder sind ganz viele fackeln so im kreis mehr ja genau und zwei tipp ist ja die hatten vier tipp ist zwar habe ich abgerissen ja das sind die du bist jetzt in der nähe von unserem alten lager ja ne ich liege jetzt hier in der mitte ja wir haben mich hier was baut er jetzt in käfig ja er hat den käfig gebaut kriech schnell weg achso kannst du nicht noch rauskriechen ne ich bin gefesselt ja aber kriechen kannst du ja ich bin eben der hat den käfig so gespawnt ja ich meine ja während des craften vom käfig vielleicht okay jedes mal wenn ich hier wenn ich mich bewege kommt diese grüne balken wieder ja weil ich zieht keiner mehr ne ja das heißt du kannst die fesseln lösen okay jetzt bin ich jetzt habe ich es gelöst aber jetzt bin ich halt im käfig ja also jetzt automatisch gelöst ich habe jetzt nichts geklickt hat es selber probiert anscheinend kann ich das abbauen im käfig inspekt okay ich habe einen anderen stamm gefunden ist leider nicht derselbe also jetzt ist das reden sie mit dir fünf leute sind hier ja ja das sind die gewesen wo ich gerade war die schreiben sich ja gleich was ja die bauen jetzt weiter und ich bin eingesperrt okay das problem ist ist ja witzig aber was jetzt ja du müsstest vielleicht versuchen zuerst kontakt mit ihnen aufzunehmen so was wollt ihr von um t oder t Please let me out of this cage We can work this out together Toll Quanto Only Great Warriors Das war bei einer von denen ich gerade getötet hatte Den hast du gerade vorhin getötet? Ja, ja, einer von denen Das sind die auf jeden Fall Hast du eine Waffe noch? Hast du eine Waffe? Ja, mein Ding Kannst du durchschlagen? Warte, ich habe einen Bogen Das funktioniert nicht I slept for a few minutes Okay Okay, wir müssen das psychologisch angehen Ja, Quantum, los Such dich im Wald Kann jeder diesen Text hier lesen eigentlich? Ja, das ist einfach jetzt gerade alles Gibt's hier keinen anderen Chat, ne? Es gibt auch kein In-Game-Voice bis jetzt Wär auch lustig Da lagen doch nicht die Prioritäten Man, so ein Tänzchen um dich rum Die bauen hier einfach irgendwas weiter Ich folge so einem Fluss Ich hoffe, ich komme zu dir Wie kann er mich mit dem Schild hier durchschlagen? Weil du an den Rand gegangen bist vielleicht Er kann mit dem Schild hier durchschlagen, aber ich nicht, oder was? Mit meiner Axt Und auch das Schild? Ja, wenn ich eins gebaut hätte Kannst du den Käfig abbauen? Destroy? Nee Ich kann nur inspect There have been null prisoners in this cage Zero Wirst du, du bist keinen gefangen hast Achso, ja eben Moment Warum kann ich mir Ich müsste mich hier doch in den Tunnel graben können, oder? Mit bloßen Händen Ja, absolut We want to do our arena fight Gut, ich habe nämlich noch nie gegen jemanden hier gekämpft Exzellent Jetzt bist du dabei, Quantum Arena fight Ich laufe hier die ganze Insel ab Aber ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen Do you have a spear? Von Quantum, wer kämpft dir die Freiheit? Ja toll, wenn du gewonnen hast, sind die ja tot Nee, aber das sind ja 5 Leute, ich kann ja nicht gegen 5 Die werden ja wohl nicht gegen 5 Was haben die denn um dich rum gebaut? Mehrere Käfige, oder was? Nee, ich bin nur in einem Käfig Soja, weil die sagen, die wollen einen Arena-Kampf mit dir machen Ja, keine Ahnung Vielleicht bauen die das noch Ich hoffe, das dauert nicht zu lange Sie haben noch einen Tippy jetzt wieder hingestellt Der Kollege Der hat es ja vermisst Ich habe schon einen Quatsch Ich such dich Hast du einen Speer bekommen? Ich bin noch im Käfig, ich weiß nicht, was die jetzt hier bauen Aber du hast einen Speer? Nee Ich nehme nur meinen Bogen Renn direkt weg, wenn du frei bist Ich bin noch ein letztes Abendessen haben hier Da ist ein Spieler Okay, sie haben mich gleich wieder gefesselt natürlich Wieso vertrauen die mir nicht? Ich verstehe das nicht Ich habe gerade noch einen gekillt und sein Freund hat ihn gerägt Wo ist das Essen? Okay Quantum, dein Kampf, den hören wir uns jetzt noch an I need My steak Quantum jetzt Wieso, jetzt kämpfen die, oder was? Ja Wieso weißt du das? Steht im Chat Achso Wer will denn jetzt hier Ja, komm, der hat einen Speer und ich habe keinen Speer Oder was? Wer ist denn jetzt der Kämpfer? Kommt doch da, Branko, Brunko, Blanko Ich kann nicht zuschlagen Ich kann mit der Axt nicht Fragt, ob du einen Speer hast Du solltest Nein sagen Du solltest Nein sagen Achso, man muss mit der Maus hier noch oben bleiben Immer mit dem Ding Okay Er will mich ertränken, war das dreist Ich bin tot Shit Zwei Schläge mit der Axt Ja, ja Genau Ah, okay Ja, Quantum Ja Das ist dein Eindruck bis jetzt Ja, ist ganz nett Mein Tippi Aber meins haben sie nicht abgebaut Das ist ja frech Deins ist doch auch noch da Was redest du? Hä? Ich konnte aber da nicht mehr spawnen Steht hier? Oh, ich kann es komischerweise noch Ich kann es betreten Soll es hier? Naja Okay Dann ist es noch da Ich bin mal gespannt Was nach den ersten Updates passiert Vielleicht sieht es dann auch ein bisschen anders aus Mal sehen, ja Ja, aber wir müssen uns jetzt trotzdem rächen Können wir nicht Wir hatten die Rache schon vorher gehabt Als sie dich durch den Wald geschliffen haben Habe ich zwei Zelte von ihr abgebaut Und vier Leute getötet Und ich werde gerade selbst durch die Gegend gezogen Was? Von denen wieder auch? Oder was? Ne, von wem anders Der hat mir gerade nachgeschrieben You're my bitch now Achso, damit warst du gemeint Aber der Kampf wäre brutal Wenn das Speer nur einmal Also einmal in den richtigen Richtigen Abstand Und dann Wo ist das, ne? Er will mich ins Wasser ziehen Oh, da ist jemand bei uns Ja, jetzt habe ich Das sind zwei Leute bei uns im Ding Einer hat mich gerade mit einmal Drei Leute sind hier Vier Mann, jetzt sind das wieder die Ich drone Ich drone Er trinkt mich Okay Was ist los, Quattro? Wen habe ich getötet? Habe ich dich getötet? Blanco Nein, nein, Blanco Ist richtig Noch einer, tot Sehr schön Womit gehst du die? Mit meiner Axt Was zum Henker habe ich jetzt hier Ja, Vault auch Du hast sie alle Was zum Teufel war das gerade hier Du hast alle gekillt Was hast denn du gemacht? Ich bin nur nachgelaufen Ich bin in meinem Tippi gespawnt, raus Und dann mit der Axt in Amor gelaufen Mehr war nicht Sonst hast du sogar deine Rache Und du hast alle gekillt Sehr geil Das waren die gleichen wieder Ja, genau Die sind so nahe an dem Ja, ja, genau Unsere Lager stehen nebeneinander Oh, shit, okay Ich würde jetzt hier beenden Willst du noch weitermachen? Ähm, ne, kann man beenden Ja Weil ich hätte Ich habe jetzt nichts mehr Wie meinst du? Ja, gar nichts Ich kann am Tippi nicht spawnen Und bin grad tot Also, ich bin wieder am Strand Als Ureinwohner Und es wird bald wieder Nacht Alles klar Das war